Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich dir 10 Tipps mit auf den Weg geben, wie du dieses Jahr zum besten Jahr deines Lebens machst, wie du deine Ziele erreichen kannst. Ja, manchmal kommt man an einen Punkt, wo man sich einfach die Frage stellt, hey, wie war denn eigentlich so mein letztes Jahr? Ja, habe ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe? Konnte ich diese Ziele erreichen? War ich so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht habe? Oder was soll die nächsten Jahre und Monate erreicht werden? Und im Folgenden möchte ich dir einfach diese 10 Tipps geben, die du benötigst, um aus diesem Jahr das beste Jahr deines Lebens zu machen, wie du deine gesteckten Ziele erreichen kannst. Und ich möchte hier nicht auf irgendwelche neuen Strategien oder Methoden eingehen, sondern ich möchte dir einfach die Basics mit auf den Weg geben, die du brauchst und ohne die Erfolg einfach nicht möglich ist. Und deswegen verlieren wir keine Zeit, steigen sofort in das Thema ein. Ich habe zu diesem Thema auch einen Blogartikel erstellt auf www.oliverschirmer.de und anhand diesem kannst du das Ganze auch nochmal ja in Ruhe durchlesen. Ich werde dir den Link unterhalb des Videos zur Verfügung stellen, aber jetzt zu den 10 Tipps, wie du dieses Jahr zu deinem besten Jahr machst. Punkt Nummer 1. Entwerfe eine Vision für dein Leben und steck dir für dieses Jahr konkrete Ziele. Ja, ich habe auch schon öfters mal gehört, dass man sich keine konkreten Ziele stecken sollte. Ich denke, Ziele setzen ist das A und O. Und wer sich keine Ziele setzt, der kann ein Ziel einfach auch nicht erreichen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du als Kind auch mal gern gepuzzelt. Und wenn du gepuzzelt hast, dann war immer das Wichtigste, dass du vorher erstmal weißt, wie sieht denn das Bild eigentlich aus. Und deswegen hat man auch immer dieses Bild quasi auf der Verpackung drauf gehabt oder in so einem Beipackzettel drin. Und du konntest dir das Bild angucken, konntest anhand diesem Bild die Vorlage nehmen, ja, als Vorlage nehmen, um dann eben die einzelnen Puzzleteile ineinander zu fügen. Und ohne diese Vorlage wäre es einfach unmöglich gewesen, ja, die richtigen Puzzleteile zusammenzusetzen. Und der Erfolg und das Erreichen von Zielen ist ebenfalls ein Puzzle, bei dem viele Puzzlescheine zusammenpassen müssen. Und wenn du dir keine Ziele setzt, ja, dann wirst du eben auch keine Ziele nicht erreichen können, weil du das große, ganze Bild nicht vor Augen hast. Und wie setzt man sich richtig Ziele? Da gibt es die ein oder andere Technik. Zunächst mal ist es einfach wichtig, dass du ja deinen Fokus auf das lenkst, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst, ja. Und du kannst auch das mal testen, red mal mit vielen Menschen und du wirst merken, dass die Mehrheit dieser Menschen, die wissen besser, was sie alles nicht wollen, als das, was sie wirklich wollen, ja. Ja, und ein Ziel sollte immer smart formuliert sein. Smart steht für spezifisch, messbar, akzeptierbar, realistisch und terminierbar, ja. Dass du einfach ganz klar weißt, okay, was, ja, ist bis wann, ja, zu tun, bis wann muss es erledigt sein und wie kann ich das Ganze auch messen, ja. Also wenn du zum Beispiel dir ein Einkommensziel setzt, dann weißt du, okay, was kannst du runterbrechen, Einkommensziel im Jahr kannst du runterbrechen auf dein Einkommen im Monat, Einkommen auf die Woche, Einkommen auf den Tag und kannst dann eben anhand, ja, deines Tagesverdienstes dann sehen, ob du deinem Ziel näher gekommen bist oder nicht. Und dann mach dir klar, was du wirklich willst, ja, stell dir einfach mal deinen perfekten Tag vor, was passiert, was machst du den ganzen Tag über, was muss passiert sein, damit du einfach weißt, dass dein Ziel Realität geworden ist. Und durch diese, ja, durch diese Übung findest du einfach heraus, ja, ob du das wirklich willst, weil ich habe schon oft die Übung gemacht mit Zielen und habe dann, wenn ich das gemacht habe, festgestellt, hey, das ist eigentlich gar nicht das, was ich eigentlich will, ja. Und dann kannst du Korrekturen vornehmen und damit stellst du einfach sicher, dass du, ja, nicht irgendwelchen falschen Zielen hinterherläufst. Dann ist wichtig, dass du dir einen Plan erstellst, einen Aktivitätenplan, ja, mit Aktivitäten, die dich zum Ziel führen und einfach da drauf schreibst, ja, was du gern tun möchtest, ja, was, welche Aktivitäten dich zum Ziel bringen und welche Aktivitäten dich davon abhalten, ja, was musst du täglich tun, um deine Ziele zu erreichen. Und dann formuliere deine Ziele positiv und so, als wären sie bereits erreicht. Und wenn du dann diese Erkenntnisse alle notiert hast, ja, dann kannst du eben dein Ziel ja sehr einfach nach der Smart-Formel, die wir eben schon angeschnitten haben, festsetzen. Ja, und das Wollen ist ja das eine, ja, letzten Endes wird aber unser Ziel nur dann Realität, wenn wir in die Handlung kommen. Und handeln können wir nur, wenn wir in energievollen Zuständen sind. Und das heißt, zweiter Punkt, ich sorge dafür, dass du in einem energievollen Zustand bist. Ja, im Prinzip ist das eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte, ja, wenn du dir das einfach mal anschaust, wenn du eine schlechte Energie hast, ja, dann wirst du, ja, schlechte Entscheidungen treffen. Und wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann werden deine Handlungen schlecht sein. Und wenn deine Handlungen schlecht sind, wirst du schlechte Ergebnisse haben. Und das führt dazu, dass, wenn du ein schlechtes Ergebnis hattest, dass dir das auch wieder deine Energie raubt und du weiht und deine schlechte Energie sich verstärkt. So, und das ist wie so ein Teufelskreis und den kannst du eben einfach nur unterbrechen, indem du in deiner Einstellung anfängst. Indem du anfängst, ja, energievoll zu handeln, ja, und dich so zu verhalten, dass du auch Energie hast, ja. Und dann sieht das Ganze anders aus. Du hast gute Energie, gute Energie ergeben, gute Entscheidungen und gute Entscheidungen zu treffen führen zu guten Handlungen und dann dementsprechend gute Ergebnisse. Und gute Ergebnisse führen zu noch mehr Spaß, zu noch mehr Freude, zu noch mehr Energie und dementsprechend, ja, weiter zu guten Handlungen, ja. Und genau das ist das Thema. Du musst einfach dafür sorgen, dass du, ja, in energievolle Zustände kommst, ja. Und wie kannst du das tun? Du brauchst eben eine krasse Energie, ja, um ins Handeln zu kommen, ja, um dich in eine positive Energiemaschine zu verwandeln, ja. Und du kannst dafür einfach deine Sprache und deine Körpersprache zum Beispiel einsetzen. Stell dich zum Beispiel einfach aufrecht hin, ja, nimm deine Brust raus, deinen Kopf hoch und sprich dir voller Energie, ja, und mit ganzem Einsatz was Positives zu. Zum Beispiel, ich bin gut so, wie ich bin, ich habe Geld und Erfolg verdient, ich schaffe das, ja, oder was auch immer es ist, ja. Und mach das einfach mal eine Zeit lang und dann wirst du spüren, wie deine Gefühle, wie deine Emotionen jetzt beginnen, sich in dir zu verändern, ja. Und, ja, und wenn du was erreichen willst im Leben, ja, dann musst du einfach andere Menschen begeistern können. Und dazu, ja, musst du einfach lernen, dich selbst zu begeistern und dich in ressourcenvolle Zustände zu versetzen. Und da ist diese Übung, ja, die ist Gold wert. Dann dritter Punkt, stell dich da in Ängsten. Alles, was uns, ja, im Leben davon abhält, ja, unsere Träume zu verwirklichen, das ist in der Regel irgendwo zurückzuführen auf irgendeine Angst. Ob das eine Angst vorm Scheitern ist, ob das die Angst ist, sein Gesicht zu verlieren oder was auch immer, ja. Ja, die Angst hält uns einfach immer zurück, das zu tun, was notwendig ist, ja, um einfach den nächsten Schritt aus der Komfortzone zu gehen, ja. Sie hindert uns einfach daran, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Und das ist einfach, ja, das liegt einfach daran, dass unser Unterbewusstsein die Aufgabe hat, ja, dafür zu sorgen, dass es uns, ja, dass es uns gut geht. Und das ist das Thema, es hilft uns dabei einfach, ja, Schmerz zu vermeiden und, ja, Freude zu erleben, ja. Aber die Dinge und die, ja, und die Erfahrungen, die Ereignisse, ja, die uns im Leben weiterbringen, ja, die liegen immer außerhalb von unserer Komfortzone. Und alles, was da draußen ist, ja, alles, was außerhalb unserer Komfortzone ist, das ist Neuland für uns, ja. Und dieses unbekannte Terrain macht uns in der Regel erstmal Angst, ja, und deswegen wagen wir oft nicht, den nächsten Schritt zu gehen, ja. Und das zeigt sich dann manchmal in der Frage, ja, was wäre, wenn das schief geht, dann habe ich Geld in den Sand gesetzt, was wäre, wenn ich scheitere, was wäre, wenn ich ... und so weiter und so fort, ja. Also ich denke, du kennst diese Situation bestimmt auch. Und mach dir einfach klar, dass die Angst nicht gut ist, die Angst ist nicht schlecht, sie ist einfach. Angst ist einfach Angst und deswegen mach sie zu deinem Freund, zu deinem Verbündeten, indem du genau dahin gehst, ja, da, wo die Angst ist. Ja, mach den nächsten notwendigen Schritt, schau dir Angst ins Gesicht, ja, und tu das, was du fürchtest. Außer, ähm, ähm, du solltest halt darauf achten, dass du dabei halt nicht in eine lebensgefährliche Situation kommst oder so oder irgendwas, wo du jemand anderen schadest. Aber verlass deine Komfortzone, denn das Gute liegt immer im Unbekannten. Ja, dann stell dir Powerfragen, Tipp Nummer 4, mit der richtigen Fragestellung zum Ziel, ja. Manchmal passieren Dinge im Leben, die sind richtig scheiße, ja. Rückschläge gibt's und die wird's auch immer geben, ja. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, ja. Wenn du so machst wie viele, dann kann's passieren, dass du sagst, oh mein Gott, warum passiert es immer mir, ja. Warum ist es ausgerechnet mir jetzt passiert, ja. Warum bin ich so vom Pech verfolgt? Oder solche Fragen dieser Art, ich bin mir sicher, du kennst die. Und dann kommt, und das Schöne ist dabei, wir bekommen immer eine Antwort von unserer inneren Stimme, nenn es Unterbewusstsein, wie auch immer, ja. Wir bekommen immer eine Antwort, ja. Und wenn du dich natürlich fragst, warum kann das mir immer passieren, warum bin ich so vom Pech verfolgt? Dann kommen so Antworten hoch wie, ja, weil du nicht gut genug bist, weil du, ja, weil du blöd bist, weil du dies oder jenes nicht kannst, ja. Und diese Antworten, die bringen dich einfach nirgendwo hin, außer, dass diese Antworten dich nach unten ziehen und dass sie dich fertig machen, ja. Du könntest aber auf die gleiche Situation auch anders reagieren. Du könntest dir nämlich andere Fragen stellen. Und wenn du dir andere Fragen stellst, wenn du dir bessere Fragen stellst, dann bekommst du bessere Antworten, ja. Du könntest zum Beispiel fragen, was kann ich aus dem Vorfall lernen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Was ist das Gute an dieser Situation? Oder was will ich in dieser Situation sein, haben, tun, ja. Und du merkst schon, dass die Antworten, die dann hochkommen, die haben eine ganz, ganz andere Qualität, ja. Und ich denke, wenn du das einfach mal machst, dann wirst du auch den Unterschied erkennen. Und wenn du bessere Antworten bekommst, die dich weiterbringen, die dir weiterhelfen, ja, die dich sogar motivieren können, ja, dann ist es einfach besser, wie wenn du dir Fragen stellst, die dich nach unten ziehen. Deswegen stell dir bessere Fragen und du erhältst mehr Energie, mehr Power, ja. Dann erstelle einen Aktionsplan, habe ich vorhin schon kurz angeschnitten. Auf der Grundlage deines Aktionsplans, ja, brech dein Ziel einfach runter, ja. Mal angenommen, du willst 100.000 Euro Gewinn erzielen, ja, dann rechne dir aus, was du monatlich, wöchentlich und täglich verdienen musst, um dein Ziel zu erreichen, ja. Wie viele Produkteinheiten musst du pro Tag, pro Woche, pro Monat verkaufen, um dein Jahresziel zu erreichen. Erstell dir einfach auf der Basis dieser Erkenntnisse einen Plan, ja, was du jeden Tag einfach dafür tun musst. Und dann setz diesen Plan in die Tat um, indem du dich darauf fokussierst, einfach die Dinge zu tun, die dich dahin bringen. Und eliminiere einfach alles, was dich, ja, davon abhält, ja, diese Aktivitäten zu tun. Nächster Tipp, mach endlich Schluss mit Ausreden und übernehme 100% Verantwortung. Die Mehrheit der Menschen erzählt sich Tag für Tag Geschichten, ja, Storys, warum sie etwas nicht können, warum etwas nicht so gelaufen ist, wie man es eigentlich vorgehabt hat. Und es gibt so einen schönen Spruch, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden. Den Spruch hast du bestimmt schon mal gehört und der ist absolut treffend, ja. Anstelle, ja, irgendwelche Gründe dafür zu suchen, warum etwas nicht geht, kannst du aber auch anfangen, wenn du schon Gründe suchst, ja, warum du es verdient hast, Erfolg zu haben, warum du es verdient hast, dieses Ziel zu erreichen. Was das Gute daran ist, wenn es dir gelingt, dieses Ziel zu erreichen, was Gutes für andere Menschen dabei rauskommt, ja. Und suche einfach Gründe, warum es gut ist, dass du dein Ziel erreichst. Fang an, Beweise dafür zu sammeln, ja, dass es geht und dass du es kannst. Nächster Tipp, finde dein Warum. Das eigene Warum zu finden, das ist wohl, ja, der wichtigste Punkt überhaupt, ganz einfach aus dem Grund, weil das Warum dir die Energie gibt, ja, die du benötigst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist die Energie, ja, die dich morgens antreibt, die dich aus dem Bett schmeißt, ja, wo du es kaum erwarten kannst, in den Tag zu starten. Es ist die Energie, die dir hilft, ja, auch Schwierigkeiten wegzustecken, einfach weiterzumachen, ja, den Fokus aufs Ziel gerichtet zu lassen, ja. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du, ja, dein Warum findest und das kannst du ganz einfach machen, wenn du deine Ziele schriftlich notierst und einfach, ja, die einzelnen Ziele mal durchgehst und einfach mal dein Warum hinterfragst und einfach fragst, warum will ich dieses Ziel erreichen. Und so siehst du sehr schnell, ob es Gründe für ein Ziel gibt und sobald es gute Gründe für ein Ziel gibt, dann ist es auch wert, dass dieses Ziel, ja, dementsprechend erreicht wird. Lerne von Menschen, die da sind, wo du hin willst, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, wenn es bei dir so ist wie bei den meisten Menschen, dann wirst du sicherlich Menschen um Rat fragen, die in deinem Umfeld sind, ja. Das können Freunde sein, das können die Familie sein und dann wirst du, wenn du Fragen hast, diese Fragen eben dort diskutieren. Nur, die Antworten, die du dort bekommst, die werden dich in der Regel nicht dahin bringen, wo du hin willst, weil, ähm, wir Menschen kennen in der Regel Menschen, die auf dem gleichen oder ähnlichen Level sind wie wir. Wenn wir jetzt aber irgendwas erreichen wollen, ja, ähm, mal angenommen, du unterhältst dich mit einem Angestellten, wie man ein erfolgreichen Unternehmen aufbaut, ja, dann wird er dir nicht die Antworten geben können, wie wenn du mit einem erfolgreichen Unternehmer sprichst, der das Ganze schon gemacht hat. Warum? Ja, selbst wenn er es noch so gut meint, er ist diesen Weg nicht gegangen, er hat nicht die Erfahrungen gemacht, er hat nicht die Situation erlebt, die ein erfolgreicher Unternehmer, ähm, ja, erlebt. Und wenn du eben, ja, einen erfolgreichen Unternehmer fragst, ja, dann wird die Person dir ganz einfach sagen können, okay, welche Erfahrungen sie gemacht hat, wie sie gedacht hat, wie sie, wie sie gehandelt hat, was sie, was sie im ersten Schritt getan hat, im zweiten Schritt getan hat. Und das alles kann die Person dir an die Hand geben und das kannst du als Vorlage verwenden, als Blaupause, ja, für deinen Erfolg. Und wenn du so dementsprechend handelst, dann kannst du dir sicher sein, dass du ähnliche Ergebnisse auch erzielen wirst. Entwickele neue Gewohnheiten. Schau dir einfach mal, ja, deine Gewohnheiten an. Die Gewohnheiten, ja, die dich bis hierher gebracht haben, ja, an dem, an dem Punkt, an dem du gerade bist, ja, die Gewohnheiten werden dich nicht woanders hinbringen. Und wenn du andere Ziele erreichen willst, ein besseres Leben haben möchtest, ja, dann brauchst du andere Handlungen, andere Gewohnheiten, mit denen du das auch erreichen kannst. Stell dir einfach mal die Frage, ja, welche neuen Gewohnheiten brauche ich denn, um mein Ziel zu erreichen, ja, den Wille zu haben, ein Ziel zu erreichen, ist zwar extrem wichtig, aber ohne die notwendigen Handlungen und Gewohnheiten ist es völlig wertlos, ja. Was zählt, sind deine Ergebnisse und nicht, was du wolltest, ja. Vielleicht musst du, ja, vielleicht eine Stunde früher aufstehen, um dein Ziel zu erreichen, um dir neues Wissen anzueignen, ein Buch zu lesen, ja. Vielleicht musst du mehr Sport treiben, wenn du, wenn du abnehmen willst zum Beispiel, ja. Vielleicht musst du mit zehn Menschen täglich über dein Business sprechen, ist völlig egal, was es ist, finde heraus, was es ist, mach es dir zur Gewohnheit. Ja, und wenn es mehrere Dinge sind und du dann zum Beispiel, ja, den Eindruck oder das Gefühl einfach hast, dass es, ja, dass es zu viel wird, dann kannst du dich einfach auch darauf konzentrieren, ja, jeden Monat eine neue Gewohnheit zu etablieren, ja, eine neue Gewohnheit dir vorzunehmen und diese dann umzusetzen. Und dann der letzte, aber wichtigste Punkt, arbeite weiter an deiner Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, das ist nicht, was man von heute auf morgen erledigt, sondern, ja, das ist ein lebenslanger, kontinuierlicher Prozess und den Aufwand, den du betreibst, ja, der wird sich lohnen. Denn, ähm, als Belohnung, ja, wirst du mehr Lebensqualität haben, du wirst einen besseren und ruhigeren Umgang mit deinen Problemen und Schwierigkeiten haben, du wirst mehr Gelassenheit, Glück und Zufriedenheit in allen Lebensbereichen haben und das sind nur wenige Vorteile, die ich dir jetzt hier genannt habe, ja. Mach dir einfach klar, ja, dass du selbst dein bester Trainer, selbst dein, dein Coach, dein bester Coach bist, ja, und versuche einfach, die beste Person zu sein, die du sein kannst. Und wenn das Video jetzt für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, ja, oder es mit deinem Netzwerk teilst, wenn du mir einen guten Kommentar hinterlässt, damit wir uns einfach mal austauschen können, ja, wenn du weitere Tipps möchtest, dann findest du, ja, auch unterhalb des Videos den Link, wo du dich in meinen Newsletter eintragen kannst, dort bekommst du weitere Tipps rund ums Thema Marketing, Persönlichkeit, Erfolg, ja, und natürlich, wie du automatisiert an neue Kunden kommst. In diesem Sinne, ja, danke dir jetzt für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir maximalen Erfolg und dass du alle deine Ziele erreichst. In diesem Sinne, ciao, ciao, dein Oliver Schirmer.